Hallo zusammen, heute geht es um 10 Tipps rund um die Fotografie, von denen ich mir wünsche, dass sie mir jemand gegeben hätte, als ich angefangen habe zu fotografieren, was auch schon 20 Jahre her ist, aber der Bart noch nicht so grau. So, Nummer 1 ist, der richtet sich vor allem an die Männer unter euch, die meisten von euch sind ja Männer, die meine Videos schauen. Die Ausrüstung ist viel weniger wichtig, als wir Männer immer gerne denken. Wir können uns ja ewig lange darüber diskutieren, ob nun Objektiv A oder ist das 50mm Sigma oder das Sony besser? Nuancen, spielt überhaupt gar keine Rolle, ganz ehrlich. Ich fotografiere seit 20 Jahren und die Ausrüstung, die ich habe, ist natürlich viel besser geworden. Meine Fotos sind auch besser geworden, aber nicht wegen der Ausrüstung. Ob der Autofokus perfekt sitzt oder fast perfekt sitzt, ist doch wirklich völlig egal. Ob man ein bisschen mehr ISO-Rauschen oder weniger ISO-Rauschen hat, wir Fotografen diskutieren darüber und können uns da ewig drüber auslassen, aber ganz ehrlich, interessiert außer uns niemanden. Allein schon deswegen, weil sonst hätte man ja früher gar nicht fotografieren können. Die Ausrüstung ist viel weniger wichtig, als du denkst. Es sei denn, du bist Chris Kauler, weil klar, es gibt natürlich Bereiche, so wie Tierfotografie, Chris Kauler, den Fotos, der hat eine sehr teure Ausrüstung, natürlich, weil er die teure Teleobjektive hat. Aber ganz ehrlich, ob er nun die Canon R5 oder die Canon R6 hat, ist nicht wirklich relevant. Ein paar Pixel mehr, okay. Aber das Objektiv macht natürlich schon was aus, in seinem Fall. Wenn du Porträtfotografie machst und dein Stil ist halt, dir ist wichtig, dass du einen super unscharfen Hintergrund hast mit ganz, ganz wunderschönen Bouquet und so weiter, dann ist ein teures Objektiv in der Regel auch besser. Aber man kann natürlich argumentieren, das ist nicht wirklich ein besseres Foto, nur weil das Bouquet im Hintergrund ein bisschen schöner ist. Also wir Fotografen freuen uns drüber und vielleicht freut sich dein Model auch, weil es auch gleich professioneller aussieht. Aber ganz ehrlich, ein gutes Foto informiert oder weckt Emotionen. Ein Foto von meiner Tochter weckt bei mir immer Emotionen. Meine Tochter ist erst mal auf dem Fahrrad, ist ein Foto, wo ich melancholisch werde, aber du nicht, weil dich interessiert meine Tochter nicht. Aber für mich weckt es Emotionen. Also Ausrüstung, da kann man richtig Geld sparen und vor allem sehr viel Zeit sparen. Wenn wir nicht so viel darüber diskutieren würden und nicht so viel darüber grübeln würden, welche Ausrüstung wir uns kaufen sollen, sondern die Zeit nutzen würden, um mehr zu fotografieren, wären unsere Fotos wahrscheinlich besser. Das war Nummer eins. Nummer zwei, Brennweiden verstehen und gezielt nutzen. Das ist etwas, was ich sehr viel sehe, wenn ich durch Instagram gucke und viele von euch nutzen ja Instagram auch, markieren mich oder wenn ich auf zielfoto.com durch die Storys durchgucke, die ihr schreibt, dann sehe ich häufig, wie sage ich das jetzt vorsichtig, ohne niemandem auf die Füße zu treten, Brennweiden verstehen. Man sieht etwas vor sich, Fotografieren kann ja verschiedene Sachen haben. Man sieht etwas vor sich und will das fotografisch festhalten. Man hat irgendwas in der Hand an der Kamera und benutzt das halt. Oder man macht gezielten Shooting. Gerade gezielte Shooting, da geht man häufig hin und sagt, ja, okay, ich will Portraits machen. Ich nehme 85 Millimeter, weil ich damit immer Portraits mache. Und dann versuche ich das auch so ein bisschen auszunutzen, Bokeh im Hintergrund und so weiter und so fort. Aber gerade so die Alltagssachen, gerade so Familienfotos, Reisefotos, Urlaubsfotos und so. Nutzt deine Objektive wirklich aus. Wenn du ein 24 Millimeter hast und damit so, sag mal, so ein Mensch bei der Arbeit Fotos machen willst oder bei der Reise halt, wir sind hier an einem schönen Ort, nutzt das 24er aus. Stell dich nicht nur hin und mach irgendwie alles schön hier und ich habe halt Weitwinkel, weil ich viel zeigen will. Kommen wir gleich nochmal drauf. Sondern nutzt das Objektiv wirklich gezielt aus. Setz es ein wie ein 24er. Und nicht wie, Hauptsache, weitwinkelig. Wenn du 50, 85, 130, was auch immer hast, versuch das mal wirklich Formatfüllen zu verwenden oder wirklich gezielt einzusetzen und die Stärken von dem Objektiv und von der Brennweite ist es ja meistens, das rauszukitzeln. Und das kannst du auch mit dem Zoom machen. Wenn du halt ein 28, 70 hast, nutze halt mal 28 Millimeter gezielt. Nutze, dass du eine Weitwinkelverzerrung hast. Bring das mal geschickt ein. Wenn ich jetzt hier vorne was hinstelle, meine Tasse, dann ist die ja größer als ich. Guck mal, ist sie größer als mein Kopf. Das kann ich ja gezielt einsetzen. Das benutze ich sehr, sehr viel. Ich fotografiere viel mit 28 Millimeter. Wenn meine Tochter bastelt irgendwie eine Küche oder sowas, dann will ich zeigen, dass sie bastelt, was sie bastelt. Also in der Regel ist das, ich fotografiere sie von vorne, das Bastelzeug ist dichter an der Kamera, es ist größer, es ist markant. Ich achte drauf, wenn sie malt, dass da ein paar Farbtöpfe stehen oder dass halt die Buntstifte da liegen oder sowas. Dass man sofort sieht, worum es geht. Und das ist durch den Weitwinkel nutze ich dafür ganz gezielt. Und umgekehrt natürlich genauso. Also Bokeh ausnutzen, Perspektive nutzen durch ein Tele und so weiter. Also wirklich mal mit den Brennweiten auseinandersetzen. Das bringt die Fotografie wirklich weiter. Dann Nummer drei, auch so ein Männerding. Sag mal die Einstellungen, Alter. Die Einstellungen sind in der Regel völlig egal. Wenn ich hier bei dem Chris Krauler, bei dem Buch, wir schreiben keine Einstellung ran. Bei den Zielfotomagazinen machen wir das, weil ich weiß, dass ihr das gerne wollt. Aber ganz ehrlich, interessant kann sein die Brennweite, weil es geht um Fotospots. Ich will da hinfahren und ich will ein ähnliches Foto machen. Dann muss ich ja wissen, brauche ich 12 Millimeter oder reichen auch 16? Das wäre eine wichtige Information, weil ich dann eventuell ein anderes Objektiv mitnehme. Aber bei dem Chris, ob der 600 Millimeter oder 800 Millimeter nimmt, ja, was nützt dir das? Du liegst ja nicht neben ihm. Und wenn du das nächste Mal so einen Wiesel fotografierst, dann hast du das wahrscheinlich nicht so dicht wie er. Oder vielleicht sogar dichter, weiß ich ja nicht. Bei der Tierfotografie interessiert es einen immer so ein bisschen so, weil man sich überlegt, lohnt sich das 20.000 Euro für Objektive auszugeben oder nicht? Okay, das sehe ich. Bei der Landschaftsfotografie schon sehr viel weniger, bei der Menschenfotografie noch viel weniger. Und vor allem die Einstellung nicht. Weil wenn ich dir jetzt sage, welche Einstellung ich hier habe, ich bin jetzt bei 100 still, bei Blende 2 und ISO 100. So, was nützt dir das jetzt? Wenn du das nachstellen willst, ich habe nicht immer die gleichen Einstellungen. Wenn ich die Lampe ein bisschen anders hinstelle, dann habe ich halt mal Blende 2.2 oder mal Blende 1.8 oder mal ISO 125, mal ISO 160. Das variiert so ein bisschen, je nachdem, wie hell es draußen ist. Wenn jetzt die Sonne reinscheinen würde, würde ich eine andere Einstellung nehmen. Also die Einstellungen sagen dir eigentlich im Grunde gar nichts. Wichtiger wäre, Licht sehen, lernen, zu verstehen, wie kriegt man eine Stimmung eingefangen mit vernünftiger Belichtung. Darum geht es ja. Und nicht zu sagen, im Automatikmodus oder im manuellen Modus die gleichen Einstellungen nehmen und sie wundern, dass ein anderes Bild rauskommt, weil du nicht zur gleichen Zeit an derselben Stelle stehst und nicht das gleiche Licht hast. Nummer 4. Worum geht es bei deinem Foto? Ich sage ja immer, gib deinem Foto einen Titel, eine Unterschrift. Es gibt immer auch ein paar Kommentare, die sagen so Quatsch. Aber nein, wenn du nicht weißt, was du da fotografierst, wenn dein Foto nur als Message hat, es ist schön hier, ja, mhm, ja, mhm, dann ist es wahrscheinlich ein langweiliges Foto. Das muss ja nichts Spannendes, nichts Spektakuläres sein, aber darüber nachdenken, was will ich hier eigentlich festhalten? Meine Tochter fährt Fahrrad. Dann fotografiere ich das anders als unser Dorf und meine Tochter ist auf dem Foto. Wenn ich sage, Stefan am Schreibtisch, das ist was anderes, als wenn ich sage, mein Büro, Klammer auf, und Stefan ist in dem Büro. Fotografiere ich anders. Ich habe immer, oder ich versuche jedenfalls immer irgendwie, mir ganz kurz zu überlegen, das kann in Sekundenschnelle sein, ich sehe irgendwas, meine Frau puzzelt, meine Frau puzzelt, man muss das Puzzle sehen. Und nicht ein Headshot von meiner Frau und jeder Betrachter fragt sich, wo ist das Puzzle? Sondern da muss man das Puzzle sehen können und so weiter. Also immer kurz drüber nachdenken, worum geht es eigentlich? Dann fotografierst du anders, du machst den Bildausschnitt anders, weil du mit deinem Bildausschnitt ja festlegst, was sieht der Betrachter? Und du dich immer fragen musst, ein Betrachter, der nicht vor Ort ist, der die Situation nicht kennt, versteht der, was du sagen willst, zeigst du das Puzzle, zeigst du das Fahrrad, zeigst du diese Sachen. Formatfüllend arbeiten. So, habe ich schon angesprochen, eben so ein bisschen nochmal ausführlicher. Gerade wenn du mit Festbrennweiten arbeitest. Der Vorteil von der Festbrennweite gegenüber dem Zoom ist vor allem, es gibt Ausnahmen, aber vor allem, dass sie lichtstärker sind. Und dass du den Hintergrund besser unscharf machen kannst. Aber das nützt dir nichts, wenn du nicht nah ran gehst. Geh nah ran. Wenn du mit 24 Millimeter arbeiten willst, arbeite mit 24 Millimeter. Und benutze es nicht wie ein 35er und schneide nachher ganz viel weg. Sondern arbeite Formatfüllen, gerade bei der Menschenfotografie. Ich habe jetzt hier einen bewussten Bildausschnitt, der hat wenig Luft. Nach oben ist nur ganz wenig Luft, sonst sieht es komisch aus, wenn ich so an der Decke klebe. Nach unten ein bisschen, dass man halt eben die Werbung sieht. Aber im Wesentlichen gibt es keinen Grund, jetzt die Kamera einen Meter nach hinten zu schieben, damit man mehr sieht. Und ich kann nachher zuschneiden, da verschwende ich ja was. Ich verschwende Pixel, ich verschwende Informationen, ich habe eine teure Kamera gekauft, verschwende dann die Pixel. Ich habe ein teures Objektiv gekauft und benutze es dann gar nicht so, wie ich es könnte. Also Formatfüllend arbeiten. Das sehe ich super viel. Der häufigste Fehler dabei ist, weil das Problem ist ein bisschen, standardmäßig fokussiert die Kamera gerne auf die Mitte. Und wir gucken auch so, auch mit dem Handy, Handy hinhalten. Wenn du jetzt ein Foto von mir machen würdest, du bist ein Fotografie-Einsteiger, dann wäre es wahrscheinlich so, dass da ganz viel Luft wäre nach oben. Und zwar ein Drittel. Weil das Hauptmotiv setzt du in die Mitte, Gesicht in der Mitte vom Bild. Und ein Drittel vom Bild einfach mal weg da oben. Warum willst du da ein Drittel leere Wand zeigen? Da ist nichts. Zeig das nicht. Geh dich da ran, Formatfüllend arbeiten. Weil ich das so viel sehe, reite ich da so drauf rum. Dann natürlich Belichtung verstehen. So, heutige Kameras sind sehr, sehr gut da drin, die Belichtung richtig zu ermitteln. Also ich arbeite jetzt im manuellen Fokus, äh, in manueller Belichtung tatsächlich. Könnte ich nicht auch im A-Modus arbeiten oder im S-Modus arbeiten? Ja, könnte ich. Tatsächlich tun die Sonis sich da sehr schwer bei so längeren Filmszenen. Das schwankt immer so ein bisschen. Nicht doll, auf dem Foto wäre das egal. Aber bei einem Video sieht man das, weil das Bild die ganze Zeit heller, dunkler wird, heller, dunkler, heller, dunkler wird. Ich weiß nicht, warum das bei allen Sonis so ist, schon seit Jahren. Ähm, auch bei den Neuesten. Dass sie, diese Situation kriegen sie nicht gut hin. Vielleicht wegen der Lampen da hinten, ich weiß es nicht. Aber ich könnte im Grunde im Automatik-Modus arbeiten. Also fotografieren tue ich immer im Automatik-Modus, im A-Modus. Aber ich habe immer einen Finger auf der Belichtungskorrektur. Ich bin nicht jemand, wir kommen da gleich nochmal drauf, ich bin nicht jemand, der sagt, das Foto muss komplett fertig sein in der Kamera. Überwiegend fertig. Aber jedes Foto von mir wird nochmal nachbearbeitet. Kommen wir gleich drauf. Aber sehr wenig. Also ich versuche das Foto schon fast richtig zu machen. Aber ich versuche nicht, die Stimmung endgültig einzufangen. Früher musste man gerade bei Canon, Stichwort Exposed to the right, nach rechts belichten, das Histogramm ganz nach rechts schieben. Wenn du eine ältere Canon-Kamera hast, wirst du das hoffentlich kennen. Sonst recherchiere das mal. Da war es wichtig, das Histogramm ganz nach rechts zu schieben, wenn du mit RAW arbeitest, um viele Informationen einzusammeln. Weil du sehr wenig Dynamikumfang hattest bei den alten Kameras. Heute nicht mehr. Bei den neuen Kameras spielt das nicht mehr so eine Rolle. Im Gegenteil, da hast du in der Regel einen isolosen Sensor, noch so ein Bass wird. Das heißt, du solltest leicht unterbelichten, weil du dann auf jeden Fall die Highlights rettest. Das ist immer die Frage, die Lampe da, soll die gelb sein oder nicht? Was passiert, wenn die überbelichtet ist? Dann ist sie einfach weiß, sieht doof aus. Also da achte ich drauf auf sowas. Weil ich weiß, ich kann im Nachhinein heller machen. Also Belichtung wirklich verstehen. Im Sinne von, verlasse dich auf die Automatik, wenn du weißt, du kannst dich drauf verlassen. Aber sei immer bereit, Belichtungskorrektur. Ich mache standardmäßig eine leichte Unterbelichtung, habe ich gesagt. Dann mache ich mir das einfach. Aber auch das reicht natürlich nicht immer. Ich achte immer drauf. Ich gucke mir immer das Histogramm an. Das wäre so ein Stichwort. Gerade wenn du Einsteiger bist. Es gibt bei mir Videos zum Thema Histogramm. Lerne das Histogramm zu verstehen. Und lerne zu verstehen, du siehst das Histogramm von der JPEG-Datei. Selbst wenn du mit RAW fotografierst. Jede RAW-Datei enthält ein JPEG. Und in der Kamera als Vorschau siehst du das JPEG. Das heißt, du siehst ein falsches Histogramm. Das kann man lernen, wie man damit umgeht. Wie viel Puffer du noch hast und so weiter. Also lerne, Belichtung richtig zu verstehen. Dann natürlich fotografieren ist letztlich malen mit Licht oder Lichteinfangen. Licht ist alles. Ich zeige mal dieses Foto hier. Da stehe ich zum Sonnenaufgang. Wenn ich da zwei Stunden später komme, total langweilig. Ich kann mich einfach stehen lassen. Alles gleich lassen. Langweiliges Foto. Gerade jetzt heute grauer Himmel. Irgendwie alles grau und grau. Keine Blätter mehr in den Bäumen und so weiter. Total langweilig. Obwohl man sieht genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist das Licht. Und das ist bei ganz vielen Fotos. Jetzt bei Portraits, wenn ich die Lampe ausmache. Total langweilig. Ich mache die Lampe aus. Klar, ich bin jetzt zu dunkel. Das ist natürlich nur das eine. Aber ich bin auch schreckliche Haut, weil alles voller Schatten und so weiter. Man sieht die ganzen Poren. Ich bin nicht mehr hell und freundlich beleuchtet. Also schrecklich. Zeig das nicht im Internet. Licht. Nicht nur bei der Menschenfotografie. Landschaftsfotografie. Genauso Licht ist alles. Solange du nicht lernst, Licht zu sehen, werden deine Fotos nie richtig, richtig gut werden. Das gehört einfach dazu, weil darum geht das. Bei der Menschenfotografie habe ich dieses Jahr zwei ganz tolle Videos gemacht, wo ich das sehr ausführlich erkläre, wie du bei dir zu Hause, Wohnzimmersituationen mit Fensterlicht, mit Kunstlicht etc. Wie du da arbeiten kannst. Und da schule ich dich wirklich, Licht zu sehen. Plus ein drittes Video mit dem Andreas Jorns, der Meister des Lichts ist. Der das ganz, ganz toll auch erklärt, wie er Licht setzt, Fensterlicht und so weiter. Der kann mit Lichts arbeiten, aber arbeitet meist nur mit Fensterlicht und zaubert. Also zaubert wirklich mit Fensterlicht. Die drei Videos uns mal anschauen, wenn du Menschenfotografie möchtest. Wenig überraschend. Bildkomposition ist alles. Das ist das nächste. Tolles Licht ist das eine, aber Bildkomposition. Soll ich jetzt hier in der Mitte sitzen? Ja, es geht um mich. Ich sitze in der Mitte. Für Instagram irgendwie in die Mitte platzieren, das ist doof. Aber in den meisten Fällen eben nicht in die Mitte platzieren. Führende Linien. Irgendwas in den Vordergrund packen, weil es sofort ein bisschen interessanter ist. Wenn ich den Laptop jetzt hier so ein bisschen hinpacke und man so ein bisschen an mir vorbeiguckt, kann man sagen, es ist ein bisschen interessanter, oder nicht? Also mit Bildkomposition beschäftigen. Das machen die meisten Fotografen zu wenig, weil wenn ich durch Instagram schaue, sage ich sehr, sehr oft, warum hast du nicht da die Linie? Da war doch bestimmt eine Straße, da war doch bestimmt ein Zaun. Warum hast du den nicht mit reingenommen? Warum bist du nicht einen Schritt nach hinten gegangen? Warum hast du nicht dieses, jenes gemacht? So einfach so grundlegende Elemente. Grundlagen Bildkomposition. Reinhämmern in den Schädel. Und dann nicht daran halten, wenn du nicht möchtest, aber zumindest das draufhaben. So, Bildbearbeitung. Also, wenn ich zurückgocke auf meine Fotografie, ich habe lange Jahre mit JPEG fotografiert und nicht mit RAW, auch als ich gesagt habe, ich bin ein ernsthafter Hobbyfotograf, habe ich weiterhin JPEG fotografiert. Damals war Nachbearbeitung natürlich auch viel schwieriger als heute. Aber ich ärgere mich heute natürlich sehr, dass ich in Island war und ich habe nur JPEGs vor ein paar Jahren. Oder, dass ich halt eben ganz viele Skitouren, Bergtouren usw. gemacht habe und ich habe nur JPEG-Dateien. Und dann hast du einfach viel weniger Puffer und ich kann sie nicht mehr nachbearbeiten, nur noch bedingt nachbearbeiten. Nachdem ich das gesagt habe, ich mache sehr, sehr wenig Nachbearbeitung. Also, wenn ich zwei, drei Minuten nachbearbeite, mache das schon viel. Sehr häufig zuschneiden, so ein bisschen gerade machen, vielleicht irgendwie doch einen Bildausschnitt, ein ganz klein bisschen anpassen. Vielleicht mal am Kontrastregler noch ein bisschen regeln. Ich arbeite immer mit RAW, oder in den meisten Fällen mit RAW. Das heißt, ich habe ein paar Standard-Presets, die kann man auch bei mir im Shop kaufen. Die haue ich da drauf und dann gucke ich halt, ah ja, jetzt ist ein dick zu dunkel, ein dick zu hell. Also so ein paar Regler, also ein paar Sekunden dauert das in der Regel nur. Weil ich versuche, das in der Kamera schon richtig zu machen. Aber richtig im Sinne von, ich habe alle Informationen, die ich brauche und dann muss ich das nachher ein bisschen heller machen, weil ich es zu dunkel gemacht habe oder so. Aber im Wesentlichen ist es richtig. Jetzt schreibt der eine oder andere, früher brauchte man nicht Nachbearbeitung, Nachbearbeitung ist fake. Das stimmt natürlich nicht. Immer wenn, jeder richtige Fotograf hat seine Fotos früher selbst, in der Regel ja selbst, entwickelt und hat danach bearbeitet, natürlich. Ansel Adams, also da klar hat er seine Fotos nachbearbeitet. So weit das halt ging damals. Nicht im Photoshop, sondern halt mit der Belichtung. Aber natürlich hat er das gemacht. Ganz normal, also völlig normal. Für mein Handwerkerbuch, da war ich bei einem, der tatsächlich noch in Berlin, wo du tatsächlich noch mit einem Film hingehen kannst und der das ablichtet und so. Und der nimmt sich richtig Mühe. Der macht den Probedruck teilweise, also Probeabzüge und justiert da noch so ein bisschen. Wenn du Profifotograf bist, gehst du zu dem hin, dann sitzt die beide da und fummelt deine Bilder rum und so. Bis er sitzt, also auch mit Filmfotografie. So ein bisschen. Und das habe ich also jahrelang, wie gesagt, nicht gemacht. Und sprunghaft sind meine Bilder besser geworden. Und ich bin auch der Meinung, ich schneide meine Videos selbst zum Beispiel. Und ich finde das auch wichtig, dass man das kann und ein bisschen macht. Ich kann nur so viel Zeit reinstecken. Als Sebastian noch hier war, waren meine Filme technisch besser, weil er da einfach Zeit reinstecken konnte. Ich konnte sagen, hier, nimm dir mal einen Tag Zeit und schneid das ordentlich. Und mach mehr B-Roll und so weiter. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ich das auch kann und hin und wieder mache, weil ich dadurch anders agiere auch und das Ganze besser verstehe und so weiter. Und das ist beim Fotografieren genauso. Aber wenn man nicht selbst bearbeitet, dann macht man ein bisschen was falsch. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Frau sagt, sie will Fotografieren lernen und ich mache die Nachbearbeitung, dann wird sie nie richtig gut fotografieren lernen, wenn sie das nicht selbst macht, zumindest eine Zeit lang. Weil sie dann erst, wenn ihre Fotos immer perfekt aussehen, weil ich da ganz viel Zeit reingesteckt habe in der Nachbearbeitung, dann lernt sie ja nichts dabei, sondern das musst du zusammen machen. Da bin ich der Meinung. Und solltest du auch ein bisschen. Wir können darüber diskutieren, wie viel, aber ein bisschen sollte man selbst machen. So, und jetzt Punkt 10, das Wichtigste eigentlich. Setz dir selbst Aufgaben und löse sie. Das können einfache sein, das können schwierige Sachen sein. Wenn du immer das Gleiche machst, ich sage immer, wenn du jetzt seit 10 Jahren Fotograf bist, schreiben mir Leute, ich mache das seit 20 Jahren, bin ich Fotografen. Dann gucke ich, der hat ein kleines Fotostudio, macht seit 20 Jahren Bewerbungsfotos. Also keine Kritik oder sowas. Dann ist der wahrscheinlich sehr routiniert da drin, Bewerbungsfotos zu machen. Aber dann macht der nach 20 Jahren genau die gleichen Bilder wie vor 20 Jahren. Dann ist er auch kein Stück besser geworden, wenn er nichts anderes macht. Besser wirst du ja nur, per Definition, du wirst nur besser, wenn du etwas machst, was du bislang noch nicht konntest. Sonst stagnierst du ja. Und man kann immer sagen, man kann stagnieren und man kann auch nicht ewig besser werden, aber man kann ja trotzdem neue Tricks lernen. Mach halt mal was, was du sonst nicht machst. Versuch dir halt mal ein paar Bilder raus und versuch die mal nachzustellen. Und das klappt dann nicht. Und bei dem Versuch, das nachzustellen, bei dem Tüfteln, da merkst du ja, oh ja, da habe ich was nicht verstanden. Oder, oh, das klappt ja gar nicht. Na nun? Ich erinnere mich da sofort, ich war mit dem Sebastian und mit dem Felix in den Dolomiten unterwegs. Wir haben einen Wasserfallspot gesehen und sind da hingefahren, haben den fotografiert und es hat nicht funktioniert. Wir saßen nachher total frustriert in der Ferienwohnung und haben alle drei gesagt, was war das denn jetzt irgendwie. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert, wie hat der andere das wohl gemacht und so weiter. Weil wir das Bild gesehen haben und unsere Bilder haben gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann haben wir rausgetüftet, wie das ging. Wir sind am nächsten Tag nochmal hingefahren und haben es halt ausprobiert und es hat dann funktioniert. Es war spezielle Technik. Im nächsten Zielfotomagazin verrate ich dann, wie es war. Wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Und da sind wir auch nur drauf gekommen, weil wir zu dritt diskutiert haben und wirklich advanced Landschaftsfotografie. Wie kriegt man das hin, um diesen Effekt zu haben, den der da hatte. Das ist ziemlich cool eigentlich. Das macht Spaß. Und dadurch bin ich als Fotograf besser geworden. Das habe ich jetzt immer im Hinterkopf. Seitdem nie wieder benutzt, das ist zwei Jahre her. Aber ich habe es immer im Hinterkopf. Und irgendwann werde ich das mal wieder benutzen. Also ich bin durch diesen Trick einen Tick weit ein besserer Fotograf geworden, weil ich einen Trick mehr in meiner Schublade habe, die ich rausziehen kann. Also peu a peu wird man immer besser. Deswegen lohnt sich das auch immer mal, mit anderen Fotografen loszuziehen. Egal, welches Level die haben. Und auch wenn die was ganz anderes machen, wenn du dich überhaupt nicht für Pferde interessierst und du gehst mal mit jemandem los, der Pferde fotografiert, dann lernst du einen Trick. Irgendwas lernst du bei ihm. Und das kannst du vielleicht anwenden für deine Hundefotografie oder für deine Landschaftsfotografie. Egal. Sich gegenseitig austauschen und so. Das bringt dann ja weiter. So, ich kann keine Zeit sehen. War wahrscheinlich auch wieder zu lang. Naja. Das waren also so zehn Dinge, wo ich sage, Stefan, wenn ich jetzt in Zeit zurückreisen könnte, ich vor 20 Jahren, würde ich sagen, hier, diese Liste, hämmer dir die neben den Spiegel im Badezimmer und denk da immer dran, das bringt dich als Fotograf wirklich weiter. Kann man eine andere Meinung haben? Schreib gerne hin, was dein Nummer 11, 12, 13 ist. In diesem Sinne, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.